halli hallo liebe freunde willkommen zurück bei the other scrolls online morrowind wir sind wieder zurück auf sadrid mora in der letzten folge haben wir ja eine episode des propheten gespielt und jetzt dachte ich dass ich mal so eine quest hier mache und eine quest denn auf dem alten festland wir sollen jetzt mit sonne im schatten sprechen da haben wir ja auch bei geholfen dass sie ein mietling geworden ist jetzt noch so willkommen sera entschuldigt das durcheinander ob ihr es glaubt oder nicht verglichen mit meinem alten sklavenquartier fühlt sich dieser ort wie ein palast an mit etwas glück werde ich nicht lange hier bleiben ich habe einen plan ausgebrütet der mich in den rang einer bediensteten des hauses katapultieren wird wie lautet der plan freut mich dass ihr fragt schrift rollen und relikte bergen wurzeln und pilze sammeln solche sachen erwarten die magister von ihren mietlingen ihr könnt mir glauben wenn ich sage dass nicht das vorankommen so sehr behindert wie das erwartete zu tun wie wollt ihr also die erwartungen trotzen grundbesitz überrascht gut meister firoth hat geheime anfragen gestellt er sucht nach land in der nähe von voss eoki kennt einen bauern der vielleicht bereit ist seinen acker zu verkaufen wenn ich die besitz urkunde kaufe und firoth gebe wird er vielleicht mein pate für die nächste beförderung ich gehe der sache nach ich wusste ich kann auf euch zählen hier ist das gold ich werde kein drachen mehr bezahlen als in diesem beutel in erster linie deshalb weil ich kein drachen mehr habe als in diesem beutel ist wie fühlt sich das leben als freie froh an fantastisch ich habe neue kleidung gekauft seht ihr und ich muss mir das zimmer nicht mehr mit acht anderen teilen dieser platz gehört mir mir allein das beste ist dass ich mich nicht mehr verstecken muss keine folianten unter der decke oder schrift rollen im leibchen mehr ich kann einfach ich sein aber jetzt mit liegen immer noch für die magister natürlich alle arbeiten auf die eine oder andere art und weise für die magister mietlinge bilden dabei die unterste sprosse der leiter abgesehen von den sklaven natürlich aber wir bekommen ein gehalt und können in ruhe lernen wir können sogar aufträge ablehnen wenn wir wollen das ist bemerkenswert ihr scheint ziemlich unabhängig zu sein auch bevor ihr den stand eines mietlings erhoben wurde ich hatte mehr freiheiten als die meisten das stimmt die meisten sumpf geborenen sklaven haben mich dafür gehasst sie nannten mich rauchschuppe und elfenherz und noch weitaus schlimmeres doch das liegt jetzt alles hinter mir ich habe gewonnen ihr habt gewonnen ich habe mir meinen ehrgeiz zunutze gemacht meinen meistern treu gedient und geschwiegen um mir meine freiheit zu verdienen sie winseln wie magenkranke boah und verfaulen lieber in ihren ketten klarer wird es nicht mehr warum will meister für gut dieses land in der nähe von voss nach allem was ich mir dazu zusammen reimen konnte will er dort einen neuen turm bauen ich habe keine ahnung warum herren drater ist im grunde die besitzerin von voss und ich kann euch eines sagen sie mag keine eindringlinge selbst wenn ich verrückt genug wäre eine magistra wütend zu machen dann wäre es sicher nicht drater wenn das der fall ist seid ihr sicher dass ihr ihm helfen solltet er muss nur lange genug leben um mein pate zu sein so schnell wird sein turm nun auch wieder nicht wachsen und es gibt gerüchte drater leider an einer seltsamen krankheit das könnte fero zwerg sein das weiß man bei den telwani nie das mit der krankheit hat sich erledigt wenn man so ein paar folgen zurückdenkt wie läuft eigentlich der plan zur befreiung von neoki ich habe es euch doch schon gesagt solche dinge brauchen zeit ich kann ihn nicht einfach kaufen denn mietlinge dürfen keine sklaven halten und ich kann ihn auch nicht einfach frei lassen ohne meine stellung im haus aufs spiel zu setzen diese sache erfordert geduld und ein wahres übermaß an vorsicht dem gehört er derzeit erzmagister kein anderer magister wollte ihn haben zu viele fluchtversuche dann ist da natürlich auch die frage seiner magischen begabung die teilwani verabscheuen hist magie und lassen ihn ununterbrochen unterdrückungsketten tragen sogar wenn er schläft wenn man diese ketten entfernen würde könnte er sich dann seine magie dazu nutzen um zu entkommen das bezweifle ich ist magie folgt nicht den gleichen regeln wie die zauberei der telwani ich glaube dass die magister sie deswegen so sehr hassen ich kann es zwar nicht mit gewissheit sagen aber ich bezweifle dass yuki etwas in seinem arsenal an zaubern hat was ihn aus sadrid mora herausbringen könnte okay wie er meint ja dann wollen wir mal gucken haben wir hier noch ein bücherregal nichts von lernen noch irgendwas was wir hier untersuchen können klauen wollen wir nicht zumindest nicht hier noch nicht also gehen wir raus jetzt sollen wir so mit yuki sprechen wo hält er sich gerade auf sprechen da laufen wir jetzt mal eben hin das scheint etwas außerhalb von sadrid mora zu sein ich habe wenig zeit zum reden ja ich auch ich grüße euch wir dürfen uns nicht lange unterhalten die aufseher werden schnell neugierig und argwöhnisch sonne im schatten meinte ihr kennt vielleicht einen bauern in der nähe von voss der gewillte sein land zu verkaufen so ist das hatte mich eine weile auf diese höfe verband ich habe 30 tage im dörrschrank verbracht und vieles mitgehört ein salzreis bauer namens barris rendo war missmutig wie ein krankes krokodil seine frau nannte voss einen hinterwäldlerischen saustall er würde verkaufen warum fragt ihr der sonnenschatten hat mir gold gegeben um etwas land für sie zu kaufen sie hat euch gold gegeben ich dachte mein herz meinte zu mir sie hätte geld zusammen gekratzt um meine freiheit zu erkaufen sie trachtet wahrscheinlich danach diese summe durch geschicktes handeln noch zu mehren ich vertraue auf ihr urteil auch wenn ich es nicht ganz verstehe viel glück mein freund ja ich verstehe es auch nicht aber nun gut ich denke jetzt Richtung Norden jawohl wo war der Wegschrein da ist der Wegschrein auf direktem Wege dorthin so auf nach Voss bisschen weise Telnova ja da haben wir ja auch einige Zeit zugebracht um der Herrin Drata zu helfen haben sie erst ja von der krankheit befreit und dann haben wir ihr sieben sieben oder acht steine gebracht die wir über das ganze Land zusammen gekramt hatten und dann wollen wir mal gucken ob der gute Mann verkaufen möchte ok kein Gegner auch nicht ah da ist er ja Pflege Kollege ah noch ein Abenteurer falls ihr auf der Suche nach Salzreis hergekommen seid dürftet ihr auf dem Markt mehr Glück haben eine magere Ernte müsst ihr wissen und uns fehlt es derzeit etwas an Hilfe mein Sohn Satan wird vermisst wisst ihr ihr seid nicht zufällig über ihn gestolpert ich fürchte nicht ich bin eigentlich gekommen um euch zu fragen ob ihr Interesse daran hättet euren Hof zu verkaufen und ob ich das habe ich habe zwar mein Leben als Finanzmann in Balmora aufgegeben um das einfache Leben zu genießen ich liebe es hier aber meine Frau sie ringt immer noch mit dem Landleben wir würden die Chance nutzen um weg zu gehen das könnt ihr mir glauben aber nicht bevor wir unseren Jungen gefunden haben hm wenn ich euren Sohn finde verkauft ihr dann euren Acker ja auf der Stelle wie ich schon sagte Ninnave hat ihre Sachen ohnehin schon so gut wie gepackt wenn ihr unseren Jungen zurückbringt verkaufen wir Satan sucht immer nach Nervenkitzel wahrscheinlich hat er sich in dieser Dädrischen Ruine von Esuthanamus verlaufen ihr findet sie etwas östlich von hier was könnt ihr mir über diese Dädrische Ruine erzählen man nennt sie Esuthanamus selten hat ein Interesse an Dädrischer Geschichte entwickelt reine Zeitverschwendung wenn ihr mich fragt aber sein Enthusiasmus ist wirklich bewundernswert wir sprachen ein paar Tage vor seinem Verschwinden über den Schrein anscheinend wurde dort dieses Monster Molag Bal verehrt habt ihr dort irgendwelche Dädra gesehen ich gehe nie auch nur in die Nähe wir haben hier schon genug Ärger magere Ernten ungeschickte Telvanni Zaubermeister meine Frau die auf mir rumhakt nein ich werde nicht auch noch eine Horde aus dem Haus des Chaos auf mich herab beschwören nein ich werde mal gucken was ich tun kann ich danke euch Sergio seid auf der Hut und mögen die drei euch behüten ok so wo müssen wir jetzt hin wie weit ist das weg ah da kommen wir ja recht zügig fast auf direkten Wege hin hopp ah nehmen wir auch kurz den Nierenboots mit ich werde mal wieder irgendwann ein bisschen Tränke köcheln gehen ja ja hier waren wir doch schon mal kommt mir alle sehr sehr bekannt vor verdammt ja wie weit ist denn der Weg noch ach da oben das sieht doch schon fast nach einer der drischen Ruine aus Resultamus ok jetzt leg dich doch da einfach mal hin ja 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 das weiß noch Cool, Kernholz. Kernholz brauchen wir immer. Den umgehen wir einfach. Ich denke eh, dass wir hier höher müssen. Ah, okay. Ich befürchte, bei dem müssen wir auch noch ausschalten. Hey, hier drüben. Jemand ohne Flügel und rasiermesserscharfe Zähne. Ein schöner Anblick für meine müden Augen. Seyten Rendo? Eure Eltern haben mich geschickt. Das bin ich, Seyten Rendo, der erstaunliche Entdecker. Meine Eltern machen sich Sorgen? Ganz ihrer Art. Meine Mutter traut mir ja kaum zu einem Besen zu halten, geschweige denn eine Ruine zu erforschen. Natürlich könnte die Lage besser sein. Ich habe die Aufmerksamkeit einiger Zwielichtschwingen auf mich gezogen. Was meint ihr mit Aufmerksamkeit erregt? Jedes Mal, wenn ich zu entkommen versuche, stoßen sie auf mich herab. Aber nicht, um mich zu verletzen, wisst ihr. Sie fahren mir nur mit ihren Krallen durchs Haar und stoßen mich mit einem Gurren in die Ruinen zurück. Ich glaube, sie betrachten mich als eine Art Haustier. Ich werde sie ablenken. Ihr macht euch aus dem Staub. Eine teilkühne Flucht. Ihr werdet sie erschlagen müssen, was? Eine Schande. Natürlich habe ich aber auch gesehen, wie sie einen Aschländer in Stücke gerissen haben, der hier vorbeikam. Also vergieße ich deswegen keine Träne. Ich mache mich aus dem Staub. Wir können uns westlich von hier in Richtung Boss treffen. Zeit auf der Hut. Macht euch bereit, ich werde euch hier ablenken. So. Oh, und? Also, da liegt sie. War hier nie noch irgendwo irgendwas. Da kommt der noch immer noch Blatt hier. Au, äh, hier kein Feuerspucken. Das mag ich gar nicht. Scheiße, ist der stark. Ich sollte vielleicht mal gehen. Soll ich mir da eigentlich Heiltrinkel reinpacken? Boah! Hey, der Schwede. Ja, der hat jetzt in sich gehabt. Der hat ja nur Eiter bei sich, ne? Toll. Ich gucke mal hin hier. Oh, schnell wobei schwimmen. Oh, warte mal doch. Was schauen wir hier denn alles an? Nachtschatten ein bisschen dunkles fleisch dabei Kinder schlägt euch da seid ihr ja tut mir leid dass ich euch so überprüfe ich wusste ja dass ihr die lage im griff habt aber die nerve hat mich regelrecht rausgeworfen und sie meinte ich soll nicht ohne selten wiederkommen ich bin froh dass ich nicht mit leeren händen zurück muss die aufmerksamkeit geweckt vergesst es ich will das gar nicht wissen ich werde diesen ort vermissen aber weg weiß dass ich als bauer nicht viel tauge ich bin nur froh dass ich euch persönlich danken durfte euer partner mertis hat mich schon für die besitzurkunde für dieses grundstück bezahlt mein partner ich habe keinen partner was der kerl war sehr überzeugend hat mich erwischt als ich mich gerade auf die suche nach säten machen wollte er hat nicht viel geredet er hat einfach eine mehr als ordentliche summe gold gezahlt und sich die besitzurkunde geschnappt nach abschluss des geschäfts hat er sich in richtung was davon gemacht na warte den schnappe ich mir die besitzurkunde herrigen rieser gut kümmert euch um alle losen enden nun wenn das nicht mein liebstes loses ende ist wird sein euch abzuschneiden ich glaube nur da musste ein wenig früher aufstehen und jetzt jetzt haben wir hier okay abgeschlommen weitere beweise er spricht mit sonne im schatten das wird sich natürlich nicht sehr erfreuen dass das nicht so geklappt hat wie erhofft hier ist noch ein prima platz für eine kiste hätte ich jetzt einfach mal so gesagt aber sieht nicht so aus okay liebe leute ich denke mal mit sonne im schatten beziehungsweise ich sollte auch wieder zum profiten gehen das heißt in der nächsten folge machen wir einfach den profiten weiter ich reise da schon mal hin und wir sehen uns beim nächsten mal in der zuflucht sage tschüss glaubst du Vielen Dank.